Hallo und willkommen zurück bei Borderlands 2. Wir starten, wie versprochen, mit dem Hauptcharakter. Das ist der Originalcharakter, mit dem ich von Anfang an gezockt habe. Mit meinen alten Waffen, die ich hoffe besser sind als die, die ich in meiner Zwischencharakter-Mission hatte. Wo mir die Aufnahme flöten gegangen ist. Ich hoffe es. Probieren wir es einfach aus. So, ich schaue mal gerade, auf welchem Stand wir sind hier. Schwebendes Verfahren ist das Aktuelle, was wir vorhaben. In Sanctuary gibt es eine unentdeckte Mission. Schwierigkeit banal. Und hier? Normal. Moment. Warum ist hier einer nicht in Sanctuary? Ist das das alte Sanctuary, wo das alte Sanctuary stand? Oder geht es jetzt um das neue? Ich gehe erstmal zu dem neuen. Vielleicht ist es ja da. Und das hier, Three Horns Valley, gibt es etwas, das ich noch nicht entdeckt habe. Da müssen wir noch hin. Aber zuallererst wollte ich wissen, was ist denn Fink's Slaughterhouse? Freunde. What is it? What is that? Ich will wissen, was das ist. So, brauche ich hier noch irgendwas? Tag. Rockets nehme ich mal mit. Hier vorne nehme ich ein bisschen mit. Das nehme ich mit. Ah ja, ist klar. Da bin ich mir sicher, mein Freund. So, Safety first. Hyperion. Circle Slaughter. Iridium Blight. What is that? I don't know what it is. Das ist Bandit. Circle Slaughter. Show of, chill, death and dealing. Ja, ich gehe mal rein. Fink's Slaughterhouse. Let's go. Hilfe. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Suche nach deinen Freunden schwebendes Verfahren. Ja, ist mir klar. Aber, was ist hier? Hier gibt es jede Menge Sachen zum Kaufen. Munition. Und Geld. 9 Dollar. Cool. Wer bist du? Fink. Fink's Slaughterhouse. Das ist Fink. Warum bist du so dünkel, Fink? Von allen Seiten. Egal. Reden wir mit ihm. Banditenmetzeln Runde 1. Kannst du den Banditenring des Gemetzels überleben? Annehmen. Ja, der redet ja nicht sehr viel, wa? Okay, das Tor ist aufgegangen. Das geht hier ab. Wir sind übrigens wieder Level 18. Natürlich, weil wir die ganzen Nebenmissionen mitgenommen haben. Moment. Ich habe einen Skillpunkt. Den werde ich jetzt nutzen. Und zwar... Was habe ich hier alles? Wo habe ich denn angefangen? Hier habe ich alles voll. Hier habe ich noch. Verringert die Wirkdauer von Statuseffekten. Will ich das weiterführen? Killskill. Das Töten eines Feindes reduziert jeden Schaden, den du erleidest für ein paar Sekunden. Das nehme ich. Wir werden zum Panzer, Freunde. Schadenreduktion 4%. Nicht viel, aber... Irgendwann... Beim nächsten Mal sind schon 8. Mal gucken. Das kann was werden. Kein Badass-Rang. Na gut. Genau. Banditenmetzeln. Runde 1. Begib dich in die Arena. Ich bin in der Arena. Was nun? Pinkslaughter Factory. Was ist hier zu tun, Freunde? Hier ist niemand. Das stinkt nach Arena-Kampf hier. Natürlich. Ihr gebt dich in die Arena. Was soll es sonst sein? Ähm. Wo muss ich denn hin? Laut Minimap muss ich hier hin. Begib dich in die Arena. Jetzt bin ich in der Arena. Beginne das Gemetzel. Hilfe. 5, 4, 3, 2, 1. Das Gemetzel beginnt. Okay. Ich muss auf jeden Fall den Kopf... Oha. Oh mein Gott. Oh mir ist Dio. Alter. Was ist denn hier los? Was ist hier passiert? Wo sind die denn? Warum habe ich den nicht erwischt? Selber Opfer. Kann man nicht wahr sein. Ich habe es echt verkackt. Okay. Ich war ein bisschen überrascht, was da abgeht gerade. 1100 Gebühr. Alter. Ich versuche das nochmal. Ich versuche es nochmal. Ja hier du schweigsamer. Ja, 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 ja. Äh. Brauche ich Munition? Ich glaube ich brauche viel Munition dafür. Mh. Ja. Raketen. Ja. Okay. Ich habe alles. Hm. Das habe ich. Dann habe ich hier. Das ist schon nachgeladen. Okay. Ich starte direkt mal mit der Sneeper. Mit der Schneeper. Okay. Da sind auf einmal sehr viele Gegner gekommen. Gut. Ich meine, was habe ich erwartet bei einem Arena Kampf? Ich schlau Berger. So. Aber ein neues. Okay. Ich brauche... Ich muss irgendwo hin, wo ich mich verstecken kann. Das ist natürlich die Beste dahinter den Rohren vielleicht. Okay. Wow. Alter, womit schießen die denn? Was sind das für Gegner? Okay. Okay, okay, okay. Das ist den ersten habe ich. Den ersten Gegner. Wahnsinn. Wo sind wir jetzt hin? Was bist du denn? Zwerg Goliath. Alter. Ob der auch seine Leute um? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich laufe hier mal eine Runde. Okay. Das war gut. Wir können sich schön gegenseitig umbringen. Hoffentlich. Nein, wohl nicht. Äh, mach das mal. Was ist das? Eine Pistole? Das schaue ich mir später an. Oh mein Gott, ey. Ich stelle mich mal hier hinter. Alter. Was sind das für Gegner, Mann? Was sind das für Gegner? Was sind das für Gegner hier, Mann? Okay, da sind noch ein paar. Ich lade erstmal nach hier. Die werfen schon wieder irgendwas nach mir. Was? Oh, nice. Okay, habe ich irgendjemanden erwischt? Ja, jetzt schon. Boah, das war hart hier. Nein. Nein. Alter, warum bewegst du dich so? Warum tust du das mit mir? Boah. Das ist eine harte Herausforderung, aber ich werde es meistern. Na, warte. Was sind das für Gegner, Mann? Feldratte. Ja, brennen. Nomade. Ein Elite Marogor. Ist auch weg. Okay, okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Pistole. Die ist stark. Die ist stark, aber nicht so stark wie meine. Okay. Da ist noch ein Gegner gerade. Das war's. Eine von drei Wellen. Oh Gott. Was habe ich mir eingebrockt? Freunde, was ist das hier? Ich muss alles nachladen. Okay, das ist nachgeladen. Okay. Nein, nein, nein. Hau von mir. Tschüss. Oh mein Gott, ey. Alter. Also, das ist ja hyperhard. Nein, nicht schon wieder so einer. Komm her. Ja, bitte greif deine Freunde an. Ich bitte dich. Bitte, bitte, bitte greif deine Leute an. Ja, das sieht gut aus. Ist nicht dein Ernst, Mann. Okay, okay, okay. Wo ist der andere? Boah. Boah, ich bin echt, mich am, von, von einer Runde zur nächsten bin ich mich am ab, ha, hapseln. Hab, ab, hapseln? Was ist das für ein Wort? Boah. Boah. Krass, krass. Es ist echt hardcore. Diese, diese. Komm, komm, komm. Ich nehme jetzt keinen Raketenwerfer. Das geht auch so. Alter. Hab, hapseln. Ich quäle mich von einer Runde in die nächsten, Mann. Alter, was bist du denn? ich habe nur die kistenform das ist der einzige gegner hier ja es ist der einzige gegner ok ich hoffe nicht bis hinter mir oh mein gott rasen abett als goliath nein noch nicht komme ich nicht drüber doch oh mein gott nicht abhauen okay ich muss ich muss ich muss irgendwas benutzen ja wo ist das hart es ist so hart ich nehme einfach mal mit ich weiß nicht ob die gut ist elm ab greift seine leute an bitte ich muss noch ein bisschen munition schnappen hier er greift seine eigenen leute an hoffe ich habe noch granaten warum nicht keine granaten und was ist denn hier los was soll das denn jetzt was hat mich denn jetzt erwischt was hat mich denn jetzt erwischt die hyperion corporation sagt gern geschehen aber das mache ich nicht jetzt das mache ich nicht jetzt ich muss etwas ich muss etwas stärker werden wie es aussieht weil die machen mich sofort fertig mit ich weiß nicht wie ich habe keine ahnung wie die mich gerade fertig gemacht haben es war nicht mein gegner in der nähe da kam glaube ich irgendeine granate oder so und keine ahnung ich weiß nicht auf jeden fall tue ich mir das nicht noch mal erst mal banditenmetzeln ja ja es ist gescheitert das weiß ich ja ja meine mine meine mine was ist das denn überhaupt blockiert wie blockiert die lupe zu nehmen angesichts warum habe ich den blockiert dafür gibt es vier video optionale schwierigkeit banal warum kann ich dir nicht nehmen radio mine im tundra express ist das diese meine die mit mit diesen elektrostrahlen da gesichert ist. Das kann sein. Deswegen ist sie wahrscheinlich blockiert. Ja, ist okay. Dann mache ich erstmal das hier. Schwebendes Verfahren. Da muss ich weiter. Ich habe von Anfang an Jacks Befehlen gehorcht. Jack hat aus dem Energiekern, den du gefunden hast, ein Hyperion Netzwerk-Aplink gebastelt. Dadurch hatte ich Zugriff auf die Verteidigungsanlagen von Sanctuary und konnte sie runterfahren. Das alles gehörte zu Jacks Plan. Ich glaube dir kein Wort. Egal was du sagst. Jacks Plan, klar. Was haben wir denn hier? Eine Feldratte. Die habe ich ja gerade kennengelernt. Boah, die bewegen sich aber auch echt wie Ratten. Oh mein Gott. Okay, scheinen wir noch etwas schwach zu sein auf den Beinen. Aber mein Schild. Mein Schild geht wieder ab. Läuft. Was ist das? Ich dachte, man kann das zerstören. Oh, warte mal. Zertrümmern. Scheiße. Sorry. Kann ich das auch zertrümmern? Nein. Die kann ich nicht zertrümmern. Was ist denn das überhaupt? Ach so. Na klar. Warum sollte ich das auch zertrümmern? Ich kann diese eingefrorenen Menschen zertrümmern. Aber immerhin, da gibt es Zeug drin. Dann mache ich das auch. Na, du Feldratte. Und du Tunnelratte. Tunnelratte. War das nicht bei Fallout? Die Tunnelratten? Mann, jetzt stirbt doch. Mann, kein Raketenwerfer. Mein. Laborratte. Was sind denn das für Gegner hier, Mann? Ja. Das ist immer noch nicht tot. Laborratte. Wow. War ein harter Gegner. Alter. Oh, diese kleinen Ratten. Zwergratte. Mein Gott, die gibt es sogar in kleinen. Bleib stehen. Oh, bleib stehen. Oh, ich dachte schon, ich kriege den nicht. Was ist das hier? 799. Wow. Dieser war stark. Aber verursacht nur eine Standard-Explosion. Da ist meine jetzige Stärke. Die Haut nehme ich sieben oder fünf Stück auf einmal. Da ist schon stark. Da ist noch so ein Kollege. Sorry. Ich brauche aber deine Muni. Die brauchst du ja nicht mehr. Okay. So. Buh. Gehen wir wieder auf Blutjagd. Was gibt es denn hier Schönes? Da haben wir wieder... Geist Männer. Hallo, ich hätte gerne ein Eis. Danke. Gehen wir jetzt nicht weiter. Okay. One Hit. Ein One Hitter war das. Was ist das hier? Nix. Yeah. Okay, wo geht es denn hier lang? Was haben wir denn hier Schönes? Hier gibt es ein Hauch von Nichts. Was bist du denn, du Tür? Du führst irgendwo hin, aber du bist nicht geöffnet. Warum nicht? Ja. Da ist irgendwie nichts drin in diesen Eisleuten. Was haben wir denn hier? Ja. Klar. Hätte auch eine Mine sein können. Ich laufe einmal drüber. Auch nicht. Probieren geht über Studieren, Freunde. So. Was haben wir denn da oben? Was ist hier für ein Kabel? Hat das Kabel irgendwas mit der Tür zu tun? Hm. Tschüss. Ja. Acht Dollar. Danke. Aha. Aha. Okay. Schauen wir mal. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Hebel, der die Tür öffnet. 12 Dollar. Was? Alter, die klauen ja. Er klaut wirklich von Leichen. Aber hart. Er klaut meine Sachen, Leute. Nicht klauen. Ja, aber nicht so nett. Haben die mich jetzt angegriffen? Nee, ne? Die greifen auch die anderen an. Was haben wir denn da hinten? Alter, du Fendtratte. Du klaust mir mein Zeugs. Okay. Ich schnapp mir den. Der klaut mir alles hier sonst. Und ich weiß nicht, ob ich es wieder bekomme. Ich glaube, die greifen alles an, was nicht fliegt. Tschüss, Fendtratte. Ja, ja. Tut mir leid. Nein, tut mir nicht leid. Hm. Aber gut war es fallen gelassen. 11 Dollar. 14 Dollar. Gut. Nehme ich. Nehme ich alles an mich. Und hier liegen auch noch Sachen rum. Geld. Hier gibt es die fetten Dolores. Okay. Radio. Sender wechseln. Keine Ahnung, was es bringt. Oh, jetzt läuft was anderes. Da lief noch was. Im Boden, im Schnee. Wo muss ich denn lang? Hier einfach geradeaus weiter. Schön, dann mache ich das. Aber was ist denn hier? Komme ich von hier? Ich glaube von hier. Nee, von hier komme ich nicht. Ich gucke mal ganz kurz, was es da gibt. Ganz kurz. Vielleicht ist das das Geheimversteck der besten Waffe in Borderlands 2. Wer weiß das? Wer weiß das schon? Geld aufnehmen, bitte. Naja, nimm auf. Okay. Gut, hier war nichts. Moment, was ist das? Nix. Munition, die ich schon besitze. Hier gibt es noch ein bisschen Geld. Okay. Nee, gehen wir weiter. Dann ist das so. Dann gibt es hier nichts anderes. Vor fünf Jahren habe ich Roland und seine Freunde mit einer Lüge dazu gebracht, die Kammer zu öffnen. Ich sagte ihnen nämlich, das sei nötig, um Pandora vor einem großen Übel zu bewahren. Jack wusste, dass er mit dem... Ups, Moment. Jack wusste, dass... Warum ist das eigentlich so verkehrt rum? So, so ist es doch viel besser. Äh, warum ist diese Waffe hier nicht, äh, favorisiert? 109. Achso. Weil ich die ja vorher hatte. Die wird aber jetzt auf den Müll geworfen. Was ist das denn? 225 Schaden? 215 Schaden. Okay, die ist besser. Das können wir direkt auf den Müll werfen, wenn wir an die nächste Station kommen. Verbessert neue Stärkefähigkeit. Was heißt das? Neue Stärke. Ähm. Wo ist denn neue Stärke? Ähm. Neue Stärke. Äh. Bin ich dir jetzt gerade nicht? Okay, ich bin bereit. Immer schön vorsichtig. 5 oder 6. Verdopple. IPAA holst dir weiterfahren. Hier ist nichts gewesen. Komm nur her. Wenn du hörst, Bus ohne Bremsen. Was für... Was für Titel. Kein Kaugummi mehr. Anstifter, Zivileder, Asbest. So, was haben wir hier? Einer reicht mir schnell ziehen. Ne Mann. Autoloader. Letzte Kugel am Boden. Nicht Totschutzen. Asche. Lass die Röhre gehen. Was... Was heißt das denn? Moment, wo warst du denn? Hier, Artefakte. Verbessert neue Stärkefähigkeit. Und wie? Wo kann ich mir anschauen? Ja, sieht toll aus. Verbessert neue Stärkefähigkeit. Kämpfe um dein Leben. Plus 5,2%. Ach so, das ist schon die... Ach so. Ah, ich habe mehr Zeit. Ich habe mehr Zeit. In dieser neue Stärke. Wenn ich auf dem Boden liege. Ah, ich verstehe. Ja. Das macht Sinn. Das nehme ich. Also auch Beute. Äh, oh. Oh, schön. Das kommt auf dem Müll. Klassenmod. So, was habe ich hier? Äh, ganz circa. Granaten habe ich hier. Wollte ich eigentlich nur verkaufen. Schild. Was ist das? Voll aufgeladen. Vorwürserdings. Zusätzlich Schaden durch verstärkte Schüsse. Kapazität ist höher. Als das, was ich im Moment habe. Ladegeschwindigkeit. Ladeverzögerung. Okay. Was heißt das? Das Abfallen von verstärkten Schüssen. Entleert Schilde. Da ist es schlecht. Mann, warum muss es immer solche Nachteile geben? Pistolisch Schussschaden. Plus 19%. Was habe ich im Moment? Warte, ist hier das? Ähm, Schildkapazität. Plus 114. Oh. Okay, nee, die ist... Nee, kann auch auf dem Müll. Kann man ihr trauen? Kann man ihr trauen? Ich weiß es nicht. Ich zweifle. Ich zweifle sehr daran, dass die die Wahrheit spricht. Oh. Der hat mir Geld abgeknüpft. Minus 3000. Ich hoffe, ich kriege das wieder. Ich habe es zurückbekommen. Oh mein Gott, ich dachte schon. Der hat mir 3000 geklaut. Wieser Dieb. Da muss ich echt aufpassen, dass sie nicht nah an mich rankommen. Mann. Der Knaller. Ah, lustig, dass es sowas gibt. Krass. Okay. Da ist eine fette Kiste. Die schnappe ich mir. Maximale Sniper Rifle Muni. 14%. Ja, okay. Maximale Pistolen Muni. Maximale Gesundheit. Plus 6. Wow. Plus 6% Gesundheit. Was habe ich im Moment? Das war doch hier... Kämpfe um sein Leben. Plus 5%. Finde ich aber irgendwie besser. Weil dann habe ich mehr Zeit, mich da in letzter Sekunde noch zu retten. Finde ich gar nicht so schlecht. Muss ich jetzt hier lang? Hier runter? Tag. Hä? Boah. Pistole macht sich. Pistole macht sich sehr gut. Gegen diese kleinen Raids. Hatten. Raids. Hallo. Wer schießt denn da so? Alter, was bist du denn? Ja. Also aus der Entfernung mit der Sniper macht natürlich Sinn. Was? Ich rieche köstlich, hat er gesagt. Okay. Zwei habe ich erwischt mit meinem Schild. Ich muss in Deckung. Ich muss irgendwo in Deckung. Bitte nicht schießen. Was? Zum Wenger bist du denn? Ein stabiler Kostalisk. Okay. Was zum Henker bist du denn, Mann? Alter. Na gut. Wer will ich gegen den kämpfen? Dort schnappe ich mir. Geht das? Ja klar. Was kann ich damit machen? Was ist das nochmal? Ach, das ist Geld. Okay, das ist sogar ziemlich wertvoll. Okay. Ja, das ist natürlich ein leichtes Ziel. Oder doch nicht. Was? Was geht mir jetzt noch? Warum? Wo kommt das denn her? Dieser verschissene Kaktus. Alter. Komm her. Redig. Okay. Okay. Okay, ich habe ihn erwischt. Wow. Wie fliegt denn da rum? Wow. Okay. Hilfe. Ich muss weg hier. Tschüss. Stand die schon die ganze Zeit da? Ich habe nur den eingesehen. Nein, hopp. Okay. Die sind recht einfach. Wenn sie mich nicht treffen. Wow. Sieht schon geil aus. Das habe ich mir alles. Wie kriege ich denn nur durch? 14, 19, 21. Ja, schon ein bisschen. Sag mal, wo kommt ihr denn jetzt her? Wo kommt ihr denn jetzt her, Mann? Tschüss. Den treffe ich aber noch, ne? Also wenn ich das Ding treffe? Nix. Mistverdammter 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 Kaktus, hau ab von mir. Wieso kackt denn der nicht ab? Gut. Mensch, ich habe mit der Pistole. Trinkt das was? Ich brauche auf jeden Fall mehr Schüsse. Was? Wer schießt denn da? Warum komme ich hier nicht weg? Alter. Alter. Also die sind schon, die sind schon echt hart. Wenn die einen erwischen mit ihren, ich weiß nicht, womit die schießen. Explodierst du jetzt? Ja.